Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Es ist Samstagmorgen und wir fahren heute auf das Wintertreffen nach Herford. Ich hole jetzt noch ein Hoffi ab und dann geht's los. So, wenn ihr noch keine Aufkleber habt, davon werden wir heute über ein paar verteilen, schreibt uns einfach an, am besten über die E-Mail, die hier bei YouTube unter der Kanalbeschreibung steht, glaube ich. Versteht ihr die bei der Kanalbeschreibung? Ich weiß gar nicht. Also bei der E-Mail, die hier bei YouTube angegeben ist. So, wir starten, auf geht's. So, moin moin Leute. Man sieht ja, wir sind in Herford jetzt angekommen. Wir hätten den Hintergrund, die Luft gekühlt. Mal gucken, was es hier alles Schönes gibt. Moin. Und? Ich? Samstagmorgen. Moin. Bist du mit dem Fee hierher gefahren? Ja, drei Kilometer. Machst du das? Ja klar. Bis zum nächsten Mal. 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 So, ja.